Glute Bridge und Side-Line Clamp. Für die Glute Bridge und auch für die Side-Line Clamp schnappt ihr euch am besten unseren Hip-Betonizer. Der Link dafür ist unten, weil der liefert wirklich anständigen Widerstand, dass ihr da auch bei wenigen Wiederholungen einen großen Effekt bezüglich der Aktivierung der Hüftmuskulatur habt. Da legt ihr euch einfach am Boden, ihr könnt ein bisschen mit der Beinstellung arbeiten. Wenn ihr die Füße näher zu eurem Hintern anzieht, dann wird es mehr auf den Arsch gehen. Wandert ihr weiter raus, wird es anteilsmäßig etwas mehr auf den Beinbeuger gehen. Schaut, dass ihr die Füße vielleicht ein bisschen in Außenrotation stellt. Macht dann die Bewegung und arbeitet auch aktiv gegen das Band. Und wichtig ist uns dabei, dass ihr wirklich die Position mehrere Sekunden haltet. Weil wenn ihr jetzt 10 Wiederholungen macht, dann habt ihr vielleicht pro Wiederholung eine halbe Sekunde lang die Hüftmuskulatur angespannt. Aber wenn ihr jetzt nur 5 Wiederholungen macht und auch für 5 Sekunden lang die Position haltet, ist der Effekt wesentlich größer. Und die Kommunikation zwischen eurem Hirn und der Muskulatur, die wir aktivieren wollen, wesentlich besser. Beim Sideline Clamp das gleiche. Achtet darauf, dass ihr die Hüfte nicht kippt und dass ihr die obere Position auch wieder isometrisch haltet und eine gute Verbindung zu eurer Hüftmuskulatur herstellt. Vielen Dank.